Ich bin sehr gespannt. Witz und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von enjoyyourcamera.com, eurem freundlichen Foto-Zubehör-Händler. Wenn ihr das Bedürfnis habt, eine größere Kamera ausgefallen mit einem iPhone auszulösen, dann gibt es da die Trigger-Trap-Geschichten. Das ist ein Adapterkabelchen, was zwischen die Spiegelreflex und das smarte Telefon, iOS oder Android reinkommt. Und da kommt ein Kabelchen dazwischen an die Kopfhörerbuchse und dann kann man mit der Trigger-Trap-App Sachen auslösen. Basti kennt das Spielchen auch. Das ist relativ spannend, weil so ein modernes Smartphone hat ja doch mal mehr als einen Sensor. Es hat ein Mikrofon drin, es hat eine Kamera drin, es hat ein Gyroskop, es kann Bewegungen erspüren, es hat ein GPS drin und das weiß ich was. Es hat eine Gesichtserkennung in Software drin, du kannst auch sagen, mit GPS kannst du dann so eine Verknüpfung machen, so wenn du 100 Meter weit gefahren bist mit dem Auto, löst die Kamera aus. Zum Beispiel. Das heißt, du hast dann einen Timelapse, der gleichmäßig schnell fährt, auch wenn Stau war. Was total geil ist, weil das ist mit einem normalen Intervallometer einfach nicht machbar und damit ist es easy machbar. Und das Telefon habe ich sowieso dabei, da schließe ich den Strom an und schraube mir dann irgendwo meine DSLR hin und dann passiert halt sowas. Und ich kann zusätzlich solche Sachen machen, wenn ich in die Hand klatsche, dann wird die Kamera ausgelöst. Oder wenn der Ballon platzt, dann hört die Kamera das und hört das iPhone das oder das Smartphone das und löst die Kamera aus. Also man kann sich wahnsinnig viele Sachen zusammenbauen, um eine Kamera auszulösen und da halt wahnsinnig kreative Sachen plötzlich mitmachen, die halt normalerweise einfach nicht machbar sind. Und ich meine, ich brauche da nichts für als ein Kabel und mein Smartphone, das ich eh schon habe. Dann lade ich mir eine App drauf, die kostet glaube ich nicht mehr was, oder? Die App kostet glaube ich nichts. Du zahlst halt für den Adapter, da gibt es verschiedene Varianten so für die verschiedenen Kameras, ein paar hundert verschiedene Kameramodelle unterstützt. Was aber ein Witz ist, also wenn ich mal schaue, also die kostet irgendwie 30 Euro, 32 Euro Größenordnung. Ich habe mir von Nikon so einen Infrarot-Auslöser mal gekauft, der hat mich irgendwie 24 Euro gekostet. Einfach so ein Infrarot-Ding, das kann nichts außer drücken, jetzt klick. So, und ihr könnt euch das einfach mal anschauen, die Hardware ist neu, die Software ist neu und ihr könnt damit, also viele von Spielreflexkameras und anderen Kameras, die sich irgendwie fern auslösen lassen, fern auslösen. Zum Beispiel auch mit dem zweiten Gerät, also du steckst das eine Gerät an die Kamera, mit dem Kopfhöreranschluss, gehst in WiFi-Reichweite mit dem zweiten Gerät. Also alles, was die Infrarot-Verbindung auch kann, nur viel mehr. Genau. Guck mal auf enjoyyourcamera.com, ich mache einen Link auf die Shownotes und dann könnt ihr euch die Trigger-Trap klicken und wir bedanken euch herzlich für die Unterstützung. Und Enjoy Your Camera müsste auch bei der 400 wieder anwesend sein. Ja, das wollen wir noch hoffen. Das ist fantastisch. Dankeschön. Erstmal. Untertitelung des ZDF, 2020